Oh Gott, Digga. Digga, komm ich ja wieder raus. Lass mal Kette gehen. Müsli-Riege mit weißem Schokolade drüber. Die wollen tellen. Eine heißt Oku. Venom. Suicide Venom. Anomalin untersuchen. Anomalin bei Kette Conant zu suchen. Ich muss. Wow. Ey, what the fuck, Digga. Wir sind Wölfe. Ich hab da... Ich hab da noch eine Sünde an. Oh, fucking Wölfe, Digga. Die haben gerade einen Wildschwein getötet, Digga. Ich hab's gesehen. Aber getötet, Digga. Kann die wirklich Wildschweine essen? Ja, die töten die Wildschweine. Oh Gott, der Wolf kommt hier her, Digga. Digga, ich sehe schon einen neuen Fortnite-Consument. Digga, einfach. Ich war gerade vom Wölfe an die Gitten, Digga. Eben. Ich muss mal eine Apule... Ah, die waren 15 Damage, what? Okay, 15x3, Digga, ist halt schon heavy. Ähm... Ja. Ich sehe einen neuen Fortnite-Content. Ähm... Der YouTuber spielt mit einem Kollegen. Die splitten sich. Einer macht eine Huhn-Army. Kann man gar nicht erzählen, wer läuft. Einer macht eine Wolf-Army und der andere macht eine... Oh mein Gott, nein, Digga. Wildschweine haben. Und dann Reiner, Digga. Wildschweine gegen Wies. Wildschweine gegen Wölfe. Alles doch klar, wenn er gewinnt, Digga. Ja. Die Wölfe. Ach, schau. Das klingt Essen, Digga. Echt Essen. Hey, Digga. Da mal random... ...müll rum, Digga. Oh, so. Nicht Glück. Das ist jetzt kein Glück, Digga. Flau-Pump. Flau-No. Jetzt muss ich Ding sparen. Die, äh... Schrotz. Na, ich habe bis jetzt nur eines gefunden. Per... Per Glück, Digga. Das gibt... Die Tankstelle, Digga. Na, moin, wahrscheinlich. Erstmal schon mal gemacht. Wir müssen diesen Schmetterling finden, Digga. Keine Ahnung, wo der ist. Also bei der Tankstelle ist der nicht, Digga. Ne, ich bis hier. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gefunden. Und bei der, ähm... Und bei der, ähm... Nein, das Fleisch mit. Aber mit ihm sogar Zohne. Wie chillig. Nein. Redermaus. Vielleicht ist die hinten, Digga. Weißt du? Hm, vielleicht. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Was haben wir? Ach, KMP. Und was? Ja, random. Wie viel Schrott hast du? Zwei. Vielleicht kann dir zwei geben, wenn du willst. Machst du nicht. Aber jetzt? Aber ich habe jetzt auch zwei gerade bekommen, Digga. Jetzt drei, ich mich noch einen, Digga. Ja, hier. Hier. Na ja, hier. 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 Ich bin mir einfach, ey, wie heißt die Challenge? Anomalie in Catycorner. Anomalie... Catycorner. Ja, ich hab's, ich, ich, ich hab recht. Na moin, echt, dort hinten ist mein Bunker. Yes, sir. Ja, echt, mein so Rieser, Alter, holst du. Na moin. Ja, warte mal, wenn man halt da drauf geht, wird's auch dort angezeigt, David. Da, ja. Aha. Aha. Ich muss der Mist jetzt länger. Ah, ich seh's. Ja, okay. Ich hab's gesehen, hab ich mir noch kurz die Kiste her. Da hab ich mir noch geheimliche Tresor, du, ey. Was mit Tresor? Hier ist nur ein geheime Tresor, warte so, ich muss nochmal wieder zuspulen. Hey, ich hab ihn gefunden. Hä? Und jetzt? Das Ding ist da reingeflogen. Geh mal weg, geh mal weg. Hier, hier ist es. Warte, ich guck grad's Tresor. Mal ein bisschen lauter. Ja, das ist hier. Boom. Warte mal. Warte mal, welche von diesen, ähm, Kaboom-Kalistern. Wir sind, also, die stehen auf jeden Fall hier rum. Entweder hier, da hinten ist einer, ab und zu auch hier. Kaboom-Kalister. Ah, hier, 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 hier. Okay. Rein. Ziel. Werfen. Zack. Weg, 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 weg. Ist geöffnet. Mein Gott, Digga. Ja, lass kurz abbrennen, lass kurz abbrennen. Oh ja, und man hält, das bringt immer noch. So, und jetzt sehen die hier, das ist halt nicht weg. Und dann freue ich mich, dass sie verbrennen. Das ist ein bisschen hoch. Sie sehen hier, jetzt können wir auf jeden Fall... Interagieren kannst du jetzt, kannst du interagieren? Nein. Das kann ich natürlich auch. Sie, siehst du ein Schmetterling? Äh, ich sehe, ich sehe so ein Kristallding hier. Aber, aber kein Schmetterling, ne? Nein. Oh, Schmetterling, muss ich eigentlich hier, hier ist Born, Digga. Sagt mal. Haben wir hier jetzt vielleicht noch irgendwo ein Kaboom-Dinger? Nein, wir wohnen in den Schmetterling. Ich habe das Schmetterling hier aktiviert? Ja. Und der ist dann hier reingeflogen? Wo reingeflogen? Hier, hier im Tresor rein. Aber ich sehe keine. Warte, wo mein ich? Hä? Hä? Du musst uns auch nicht sehen, Alter. Zwischen, zwischendurch, ne Letze. Ja, bei mir ist das so ein Dinger. So ein... So ein Kristall, oder was? Ja, so ein Kristall. Das musst du jetzt interagieren, Digga. Ich kann doch nichts interagieren. Schlechterlich. Schlechterlich. Vielleicht abbauen, Digga, oder, oder freibauen, hast du da? Nein, nein. Also, I pay Tobi, Digga, hat gesagt, der hat gesagt, dass wir hier reinwerfen. Und dann kann man... Erst wenn es hier reinwerfen und dann den Schmetterling, oder ist es egal? Also, der Schmetterling fliegt in den Tor rein. Der ist dann dort ein Stuck, Digga. Du wirst das Ding hier rein, also die Kaboom. Du wartest dann. Und dann kannst du eher interagieren, Digga. Aber wenn du sagst, es geht nicht, Digga. Nee, ich kann doch nichts interagieren, Digga. Na, Digga, was ist denn das? Huh? Was war dir los? Der Wolf hatte tausend, ich gebe einen 180er, er stirbt nicht. Achso, wahrscheinlich überlebt der von 180ern. Hä? Wie verbagd, Digga. Ey, dann, ich schicke das Video. Komplett verbagd, der Mist. Nee, so ne, vielleicht müssen wir direkt... Ich glaube, wir müssen jetzt nur auf dem Landen. Nein, das macht ja keinen Sinn, Digga. Glaube ich auch nicht. Ja, kein Sinn. Wo sind die dritte, eigentlich? Zurück nach Katja. Wir haben wieder Zone, ne? Wir können hochgehen, auf dem Berg, ey, ja. Hier. Wir müssen noch ein bisschen liegen. Digga, diese Sound sind zu verwacht, Digga. Die sind so verzögert. Ordner jetzt noch. Oh, mein Ding, ich bin... Oh, mein Huten, Digga, was machst du denn hier? Ein... Äh... 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 Wie heißt das? Also, das fällt so. Was macht der? Yo! Oh, du hast Angst gemacht. Tot. Perfektes Bogentraining, Digga. Ja, einfach 100er Brezi. Perfektes Bogentraining, Digga. Machen nur vier Fleisch mitnehmen, was ist schlecht. Vier nur? Ja. Also, vier mal fünfzehn. Ja, das ist, äh, 60. Ein wenig. Sechs, 60 Leben, ja. Oh, mein Kopf hat vier Stift, Digga. Ja, und bei kleinen Fischen, sechs, und du kommst 25, äh, Fisch. Na, da müssen wir halt nicht mal, irgendwie nicht so ne, vielleicht Shark, Digga. Vielleicht muss man zuerst Shark machen, dann das andere. Mir fehlt ein Skelett, Digga. Äh, ich, ich kann dir geben. Ich hab neul oder zehn. Ja, gib ich. Ja, ich hab sechs Stück, Digga, hier. Oh Gott. Wie viele Knochen hast du noch? Äh, zwei hier. Nein, das kann ich mehr. Oh, nee, warte mal. Warte mal, die Frage ist jetzt was. Uhrzeitgewehr oder Trommelpump? Was hast du für eine Pump? Äh, die Zweischusspump. Zweischusspump, ja, dann mach lieber Pump. Okay. Okay, ich hab einen O-Z-Bogen. Ich brauch irgendwas. Ich auch. Oder, 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 hast du den Frosch getötet? Nein. Was für ein Frosch? Oh, Frosch, der. Ein Stückchen. Also, ich sehe unten, Frosch. Ui, unten, safe. Nein, Digga. Niemals. 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 Frosch. Nein. Wahrscheinlich. Nein, doch nicht, doch nicht. Scheiße, ich wurde gebetet. Frosch, Frosch. Gar nichts. Nur Quell. Ja. Warte. Na, Flammbogen könnten wir theoretisch machen. Ja, ich brauch so einen Gaskanal oder so einen Glühwimmchengläser. Ja, Glühwimmchengläser. Das ist auch ein Huhn, Digga. Ey, was ist das für Schüsse? Ey, ich tass dich mal... Ja, keine Ahnung. Sind das Küken? Oder ist das das? Oder ist das einfach nur Müll? Stein, Digga. Hä? Das ist für's Aben. Das ist... 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 Das muss man irgendwo aktivieren, Digga. Ich weiß nicht. Oh, moin. Das war's halt wieder komplett. Oh, moin. Ich mach mir was mit dem Ska oder so. Mein Gott, ja. Ich kann mir eine Ska machen. Ach, ne Kiste. Nice. Komm, wo? Ich brauch nur vier Autoteile. Oder drei, Digga. Das ist wieder so eine steckte Scheiße, David, ne? 20 Leute. Ah, wir sind ja Hütte genau. Hier ist noch ein Blau-Trüffler mit Bross. Blau-Trüffler. Ne, ich hab's nicht gemacht. Ja. Für's Gab war ich nicht. Oder hat's schon. Da, wo ist dein vier Dinger, Digga? Vier... Ja, ja, ich farme gerade. Ich hab'n Bicke für dich. Nice. Ich hab' sechs Chilis, ne, Battle Roy? Wollen wir kurz Wari? Ich muss mich wegdrehen. Ah, Knister, nice. Ich mach'n Bogen. Nice. Äh... Warte, Achtung, du hast die... Möchtest du Ska oder die Uhrzeitwaffe? David? Äh... Ist mir egal, was hast du? Mir egal, deswegen frag ich dich. Ja, beide Waffen sind gut, ne? Ja, schon. Bei Skars hat's halt mehr Aim assist. Aber dafür weniger... Dafür, äh... Ich hab's manchmal Auto-Teile bekommst du enorm schnell. Das ist total... Was ist aus manchen Auto-Teilen einfach absolut langsam. Kann ich überhaupt noch irgendwas herstellen? Ne, nicht wirklich. Hier ist noch ein BG. Ja, muss ich euch mitnehmen sogar. Oh, ein Gas-Kinnon! Und ich darf ja nicht klingeln lassen wieder. Aber ich muss irgendwie... Gibt's anderes? Gibt's anderes? Na, nicht zu spät. Na, nicht zu spät. Zu spät schon. Scheiße. Schütze? Ein Gang. Am Bogen-Time. Wo sind die? Dein dahinter. Da, Klaus! Unsen! Im Haus, einer Solo. Im Haus von mir, komm! Packe ich das ganze Haus ab, einfach! David! Komm raus, ich hab's ganz raus. Ja, okay. Entschuldigung, Digga. Entschuldigung. Wildschweine! Okay, brauchen wir aber nicht mehr. Ich brenne wegen dir. Ja, ich hab so gesagt, komm! Warte, Digga. Schüsse Richtung W. Weh, Richtung W. Ich renne ab. Oh mein Gott, sind die letzten dort! Oh mein Gott, wir müssen da rein, unbedingt. Tatsächlich. Wir brauchen noch einer. Entwüßt. Klaus! Alles! Komm hier! Ich komme! Er hat ne Spaß, Digga. Ich will das nicht mal sagen. Ich komme, warte, warte, warte. Ich komme. Geht nach oben. Auf, auf, auf Ocean minus 130. Was? Ja. Alles gesehen, Digga. Gnommen Spaß fertig, gnommen Spaß fertig. Nein, brauche ich nicht. Oh, okay. Ja. 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 Genauso. Ja. 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 Nein, nein, nein! Muskels reloaden! Nein, Spaß! Hier rein! Warte, jetzt! Nice! Finish! Läsch dich! Stardy! Minus 50! Steck! Ich nehm Schili! Ich nehm Schili! Zwei...Tubi-Tur! Ich nehm Schwarz! Ich nehm die goldene Dingssegel! Die goldene Tommelding! Oder? Tubi-Tur, oder? Ne! Oh mein Gott! Eins gegen eins gegen eins! Komm schnell zum Reboot-Van! Ja! Hey, wir machen...Wir machen noch... Dieses Sport-Däger! Ok, Reboot-Van... Passiert nix! Ich fack dir das Haus ab! Ach doch! Ich hab da eine verbornete, glaube ich! Zwei... 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 Alles gut, wir können Jalen, wir können Jalen! Zwei... Zwei... alles gut ich hab 50 jetzt der muss hier drin sein der muss hier drin sein er brennt nein nein ist er nicht oh mein gott ich bin runtergefahren der eine beruhigt der eine solo bei mir noch deine solos richtung nw ich komme er ist oben auf dem dach ich zünd sein haus an er ist ein puls los ich bin so lost hier hier warte ich gehe von unten wo ist er wir müssen zonen er trafte ihn doch ganz unten ganz unten ganz unten müssen die runter sein ja ich bin genau ich bin okay ich wäre ich bin ganz unten ich bin ganz unten er ist der holz digger warte wenn er mal holz ist ich bin ganz unten ich wollte eigentlich erst ein holz anbrennen habe ich ein headshot da